Moini, da bin ich wieder mitten im Kampf und ja, wir schießen hier wild um uns mit falschen Pfeilen, weil wir hier über irgendwelche Viecher haben. Mitten in Germany, Hephaestus will nicht einfach so aufgeben. Komisch eigentlich, da mach ich dich halt erst platt. Könnt ihr mich einer Seite eigentlich irgendwo hoch? Ne, ne? Ich mag meine Position hier. Das ist ein Grimhorn. Ja, das war richtig gut. Habe ich da gerade irgendwie eine Waffe abgeschossen oder wie? Einen. Das ist besser. Ich bin zu weit weg, glaube ich, für diese Munition. Die ist besser. Ich will mir den Mutstoß noch aufheben für später, weil ich glaube, es kommt noch ein derber Kampf gegen das Riesenmonster, was Hephaestus da schafft gerade. Hinter mir wird geschossen. Kannst du bitte wieder runtergehen? Das ist meine Safe Zone. Das ist richtig frech, dass du dich hier hochgemogelt hast. Muni, Muni. Falle. Aua. Sicherheitsparameter der Einheit überdrucken. Kommst du hier rüber? Danke. Wow, da kommt noch so einer. Komm ich hier einfach hoch. Wie frech sind die denn eigentlich? Was für Muni nutze ich die? Okay. Sensor Array K2 aktivieren. Ich bin dann hier auf den Kopf. Meine Güte. Ich wollte eigentlich auf den Hintern schießen. Aber der bewegt sich so flott. Äh, da. Oh ja, das ist super. Dann setz du mal nach. Und wir durchsuchen mal hier die spitzen Sprungschläger. Was ist mit dir? Ach so, das ist super weit weg. Und was findest du denn wohl den Hof eigentlich? Gift und Löschwasser. Boah. Alter, der hat da so eine richtig schicke Waffe, ne? Können wir die mal irgendwie abzurangen hier? Damit. Das da. Kannst du mal aufladen? Danke. Das hat jetzt einfach viel zu lange gedauert. Das Ding da rechts möchte ich gern abpfeffern. An seiner rechten Schulter. Ja. Entschwarze. Super. Nee. So, und dann haben wir den Kanister hinten auf dem Rücken. Notfall ablassen. Von Pipeline J85 aktivieren. Den ich irgendwie nicht treffe. Kannst du aufhören auszuweichen? Danke. Das war richtig gut. So. Und jetzt brennt er und brennt er. Und? So. Knotenzugriff wiederhergestellt. Jetzt kannst du überbrücken. Gute Arbeit. Du hast es mir zu tun. Erstmal lugen wir. Ah ja, wer hieß. Fünf, neun, bis zwei, acht, vier, aufarbeiten. Puh, ist das spannend. Also bis jetzt ist es noch recht machbar, wenn man nicht in irgendwelche Löcher stürzt. Dann muss ich auch nicht unbedingt sterben. Und wer hieß, haben wir genug. Aber wir haben hier doch noch mehr Monster platt gemacht. Monster. Das sind ja gar keine Monster. Das sind ja einfach nur... Maschinen. Okay, das war's. Dann. Ach, da unten. Ja, da habe ich echt eine Waffe abgeschlagen. Vielleicht kann ich die gleich noch nicht brauchen. Einmal hier. Eine, so eine. Rüsten, die Vertikale. Die fortgeschrittene Säure. Sorry, wenn es jetzt geknackt hat. Ich habe gerade das hier. Mach ich mal. Äh, mein Mikro ein bisschen weggeschoben. Das war ein bisschen nah an meinem Mund. Ich habe gemerkt, wie ich reingeatmet habe. Das ist immer schlecht. Verbrennungsmenschung steht bevor. Deswegen, Herr Weißes, zurückkehre in die Montagekammer zurück. Herr Festes gehen allmählich die Verstecker aus. Äh, Eloy? Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Hier auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Herr Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen, sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Peter. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Ich gucke mal kurz nach meinen Rüstungen. Was haben wir hier denn Neues? Utaro. Ach ja, das haben wir von So geschenkt gekriegt vor der Quest. Das ist ja süß. Aber ich muss mich nicht verstecken. 36. Gut gegen Feuer. Schlecht gegen Frost. Gut gegen Gift und Plasma. Das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Hm, 36 Grundwert. Mhm. Okay, ich belasse es dabei. Wenn ich noch wüsste, was die jetzt kann, ne? Wahnsinn. Äh, hier. Grimhorn. Mal sehen, was ich damit machen kann! Uh, schwere Waffe aufgehoben. Können wir die mitnehmen? Ne, leider nicht. Das wäre richtig cool, oder? Ich kann damit nicht mehr hüpfen. Wow! Oh, das wäre ultra cool. Okay, das wäre richtig, richtig cool. Keine Money mehr. So, wir müssen irgendwie hier zurück. So, hier und hier. Und hier. In diese Richtung, glaube ich. Ja. Wie anvisiert. Ah ja, das bin ich. Ich hatte Angst, dass er den anderen anvisiert hat. Also die anderen anvisiert hat. Kann ich nochmal hier ein bisschen was? Bankette CEO? Hier sowas hier. Kann ich das nochmal futtern? Ich weiß nicht, ob ich noch davon profitiert habe. Verteilen wir mal ein paar Pfeilen, oder? Schwach gegen Wasser und Frost gegen Schock, oh Gott. Wasser, Wasser, Löschwasser, hier. Löschwasser, fortgeschrittene Löschwasser. Sie ist jetzt bereit und voller Plasma. Okay. Äh, Lösch... Ich habe kein Löschwasser ausgerüstet. Das ist die ganze Zeit, sage ich, ich brauche irgendwas für Löschwasser. Ähm... Schock. Schock. Frost such Jägerbogen. Nee. Ich habe Löschwasser. Auf jeden Fall. Löschwasser, Jägerbogen. Gift hatte ich links oben. Bis jetzt ist der dann... Der ist nur blau. Nee, das hier oben sind schon meine Besten. Warum habe ich denn nichts mit Löschwasser? Ich habe doch ganz sicher richtig guten... Ja, dann den hier halt. Ausrüsten. Und zwar... Jägerbogen. Hier. Glaube ich. Und dann... Und dann... Ja. Frost Sucher Jägerbogen. Ähm... Ist auch ein Jägerbogen, ne? Unten das mit dem Berserker bringt mir gerade nichts. So glaube ich, ne? Boah, ich habe gar keine Frostdinger mehr. Oh, da ist Plasma auf mir. Das kann jederzeit explodieren. Vielleicht hilft einer meiner Tränke. Äh... Reinigungstrank. Bitte schön, danke. Ich habe so Schockfallen aufgestellt. Und der ist gut gegen Schock. Ist so bescheuert. Wieder Plasma auf mir. Okay. Aua, aua, aua. Boah, die ist nicht für... Für Fernkampf gedacht. Löschwasser findet er richtig doof. Das gefällt mir. Hier. Ich habe doch noch so Löschwasserpfeilen, die ich hier irgendwo setzen kann. Elite Löschwasser, bitteschön. Sie ist getfängt. Hat mir auch weh. Hier. So normalen Schaden findest du bestimmt auch doof, ne? Wer nicht. Wer nicht. Gibt es hier einen schönen Ort eigentlich? Aua. Nö. Sie lädt wieder auf! Welche Fernkampfkram. Die lädt ja toll auf. Oh, das tat ihr richtig weh. Das tat richtig dolle weh. Mir auch, mir auch, mir auch. Au, ist der riesig und gruselig, oder? Der sieht richtig toll aus. Darf ich kurz mal irgendwie hier ein bisschen aus deiner Reichweite raus? Das ist ja furchtbar mit dir. Vielleicht schlecht Löschwasser, die Angriffe. So kann ich eben... Okay. Setz mal. Und... Ne, oh Gott, das sieht ja ganz schlimm aus. Der hat meine Falle einfach zerstört. Die war teuer. Ne, oh Gott. Okay, wenn ich fallen setze, dann zerstört er die einfach mit seinem Ruf. Kurz, Moment, Inventar, Outfit. Gut gegen Plasma? Gut gegen Plasma, alles klar. Mehr. Mehr. Mehr, mehr. Drei gleichzeitig. Was? Er ist getränkt. Das heißt, ich könnte jetzt auch mit dem hier, mit dem Fortgeschrittenen, mal wieder schießen. Oh, was hält der denn eigentlich hier von meinem schönen Stachelwerfer? Also der macht auch immer schön Schaden. Ja, 115. Ah, aua. Ich finde, dafür, dass der so riesig ist, macht er beim über mich drüberrennen gar nicht so viel Schaden. Aua, aua, aua. Kaputt, alle Kampfmaschinen erledigt. Trophäe erhalten. Geschafft! Äh, äh, es müsste noch einen letzten Knoten geben. Gut. Halt dich bereit. Ich stecke der Festes zu euch zurück. Hier. Okay. Alle Maschinen. Alle Maschinen. Ja, ja. Ich weiß nicht. Aber unser Hauptgegner sind ja diesmal gar nicht die Maschinen. War gar nicht so schwer. Ich wollte den Mutstoß ja für diesen Kampf hier aufbewahren, aber ich habe ihn jetzt am Ende gar nicht gebraucht. Also es war nicht so dringendlich. Das einzige Mal, als ich gestorben bin, war jetzt ja, als ich in das Loch gefallen bin vorhin einmal. Gemein war, dass er meine Fallen per Ruf gezündet hat und keinen Schaden davon getragen hat, deswegen. Ha! Hier in der Ecke. Was habe ich mir dabei gedacht eigentlich? Ha! Als würde er hier in die Ecke reingehen. War ich ein bisschen panisch. Ha! So. Cool. Wie heißt das? Das war alles, was du hier geschaffen hast. Dieses gruselige Riesenviech. Mehr hast du nicht drauf. Überbrücke den Netzwerk ab Link. Okay. Wo machen wir das? Hier. Coole Musik. Nee, das war aber nicht der Plan. Kein Verstecken mehr, Hephaestus! Na schon steht bevor. Rückzug in den Kern der Anlage. Rückzug in den Kern der Anlage. Na gut, mache ich mit. Okay, Hephaestus ist zurück im Kern. Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. Und du, Val. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Hm, sie hat das so sehr emotional gesagt. Als hätte es bei ihr jetzt irgendwie Klick gemacht. Und alles ist jetzt anders. Und sie bedankt sich auch öfter mal. Und nimmt sich Zeit. Na, obwohl. Nimmt sich Zeit, ist auch übertrieben. Hier war irgendwo das Bissloch. Nee. War da vorne. Das hier ist die Brutstätte übrigens, wo ich mal so hochgehüpft bin die ganze Zeit und nicht herausgefunden habe, was hier los ist. Das ist die Brutstätte auf jeden Fall, wo ich mal war. Die tote Brutstätte, wo ich nicht weitergekommen bin. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Wow. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Ich kriege nur zwei Fertigkeitspunkte dafür. Das ist Hauptquest. Geyer, stell die Verbindung her. Fertig. Fertig. Viereinhalb Stunden. Fertig. Fertig. Okay. Zur kompletten Verschmelzung müssen wir Hephaestus des bösartigen Kot entfernen. Vorsichtig. Sehr hübsch, wie sie simultan tanzen. Ei, Leute. Dort. Tja, so. Da kommen sie doch. Die Ablenkung hat nicht geholfen. Wie sie fliehen. Redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Ah! Nein! Ah! Pull beta! Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist! Nein! Selbe Taktik? Lernen die das nicht? Tausende Jahre alt? Und die lernen nicht, dass Gegenstände von oben runtergeschossen werden können? Hehehehe. Los, hinter mich. Komm schon! Schluss mit dem Blödsinn! Nein! Jetzt geht der Spaß los, oder? Nein! 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 Hey, nein! Sie kann es nicht. Sie kann es nicht. Du hast es versprochen, Aloy. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Du Versagerin, Aloy. Tilda! Ich habe versagt. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was, du Teufel, was, du? Halt sie auf! Tilda hilft. Ich sehe sie nicht mal. Tilda hilft. Ich fühle nicht, dass Wahl tot ist. Peter! Wir sind zurück. Wahl! Ich fühle nicht, dass Wahl tot ist. Wo bin ich? Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen, Tilda. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob... Peter von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch... Nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du... Die Spinnenweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück? Okay. Die ist ganz gechillt. Wir sind nicht zurück im Hauptquartier, sondern wir sind in einem anderen Quartier. Bei den Sinus wahrscheinlich. Vielleicht lebt Wahl ja noch. Mehr bleibt nicht. Ein Zwischenspiel. Geht zu Tilda nach oben. Ich mache kurz Pause hier. Oder? Ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich will nicht, dass Wal tot ist. Wozu war das gut? Ist das eine Art... Bunker? Quatsch. Was ist das? Nur ein paar Lieblingsstücke. Die ich gerettet und in Stand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Quatsch. Mein Freund ist tot. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Untersuche die Kunstwerke. Das ist ja wahnsinnig cool. Also da haben wir niederländische Malerei auf jeden Fall hier. Italienische... Oh nein! Der Windstoß. Von Willem van der Velde. Ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ja... Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr. Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Aber hauptsächlich niederländische Malerei, die sie hier hat. Ein paar Lieblingsstücke. Wir fangen mal vorne an. Das ist ja wahnsinnig großartig. Ich finde ja sowieso... Das kann ich mal ganz kurz sagen. Ich habe es glaube ich schon öfter gesagt. In dem Spiel... Es hat mich immer wieder... Manche... Ich bin gerade so aufgewühlt. War alles tot. Es ist alles furchtbar. Und jetzt ist hier Kunst. Es ist wahnsinnig cool. Die Gemälde... Also die beiden hinten auf jeden Fall hängen in Amsterdam. Im Reichsmuseum. Also im Reichsmuseum. Ich glaube das auch. Aber das ist ein Italienisch. Das ist glaube ich alles. Wir werden es gleich rausfinden. Genau. Und einige Landschaften haben mich ja auch schon so... sehr an niederländische Kunst erinnert. Ich habe ja auch schon ein paar Screenshots gemacht. Und auch... Einmal dieses Rätsel gestellt. Auf das keiner geantwortet hat. Weil es Blödsinn war. Mit... Reustal. Mit dem Gemälde von Reustal. Da hat mich der Wasserfall so doll dran erinnert. Und... Jetzt sind hier einfach niederländische Malereien. Warum sind hier niederländische Malereien? Ich meine sie heißt Tilda Pfannen der Meer. Stark. Mein Lieblingspaar. Links ist die... Briefleserin in blau. Von Vermeer. Ein wahrer Meister. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Hast du so genug Geld verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Oh nein. Mein wahres Vermögen erlangte ich erst später. Ja und Spiele, also bei Horizon Zero Dawn habe ich das auch schon gemacht. Da habe ich mich in die Landschaft gestellt und von Caspar David Friedrich so ein Bild nachgestellt, das ich super schön finde. Wanderer im Nebelmeer. Das ist ein deutscher Romantiker. und das hat man ganz oft in Spielen, dass die, das ist ja auch Kunst, das ist alles Grafik und da arbeiten Leute dran, die auch sehr kreativ sind und künstlerisch und sich natürlich mit der Kunstgeschichte auseinandersetzen auch und mit Gestaltung und es ist total naheliegend, auch mal Gemälde hier reinzusetzen. Das ist ein alter Gemälde, wenn man hier die ganze Zeit über Kultur redet und den Verfall der alten Kultur und ich bin gerade total sprachlos. Amos Fackel steht für Selenes unsterbliche Liebe zu Endymion. Obwohl sie nicht zusammenkommen können, stirbt ihre Liebe nicht. Das ist total bedeutungsschwanger hier gerade, ne? Also was für Gemälde ihre Lieblingsstücke sind, ist glaube ich sehr entscheidend, weil sie die Sennes infiltriert hat? Was haben wir hier? Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Das ist nochmal begutachten. Oh, ich kann es nochmal begutachten. Warum hat er nicht die Menschen gerettet, wenn er von der Zerstörung wusste? Warum die Relikte? Er hat es versucht, aber niemand hat auf ihn gehört. Also hat er das gerettet, was ging. Aber woher wusste er davon? Er war ein Prophet. Er hatte eine Vision von einer Armee, die die Stadt zerstörte. Also hat er überlegt, welche Seite den Kampf gewinnen würde. Was zählt ist, dass er am Ende Recht hatte. Wenn er nicht gewesen wäre, wären diese Wunder für immer verloren gewesen. Immerhin hat so ein Teil seiner Welt überlebt. Weißt du, was mir in diesem Gemälde am meisten gefällt? Obwohl er der einzige Überlebende ist, seine Heimat zerstört ist, nur noch Überreste seiner Welt geblieben sind, hält das Licht die Schatten von ihm fern. Es gibt noch Hoffnung. Ganz genau. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Okay, wir können alle Gemälde mehrfach begutachten und das machen wir auch. Warum behältst du die Fälschung? Ich mochte es immer mir, die beiden nebeneinander anzusehen. Beide Maler fangen Licht, Farben und Perspektive ein. Doch warum ist das eine ein Meisterwerk, das andere aber nur eine Imitation? Die Fälschung sieht... schärfer aus. Guter Blick. Die Details sind scharf, der Kontrast hoch. Es sagt mehr aus. Und doch fühlen wir weniger. Was steht im Brief? Wer weiß das schon? Was sagt dir das Gemälde? Sie ist... besorgt. Der Brief beunruhigt sie. Eine Last, die sie tragen muss. Faszinierend. Hat Ayla so viel... Ja, okay, die hat diesen Fokus und ist mit Bildern so irgendwie auch groß geworden, mit Hologrammen immer wieder, aber... Kann sie das einfach so lesen? Warum sollte man sich die Mühe machen, ein Meisterwerk zu fälschen? Der Fälscher hat zuerst unter seinem Namen gemalt, hatte aber keinen Erfolg. Seine Werke wurden unscheinbar genannt. Aber als er in die Rolle von Vermeer schlüpfte, waren sie plötzlich außergewöhnlich. Aber er wusste doch, dass es eine Lüge war. Manchmal wissen wir nicht, was in uns selbst real und was eine Lüge ist. Ironischerweise ist Vermeer unbekannt gestorben. Er wusste nicht, dass seine Werke einmal zu den wertvollsten Gemälden der Geschichte zählen würden, von denen es viele Fälschungen geben sollte. Nochmal? Ne, nochmal können wir es nicht beutachten. Krass, ist das cool. Und warum können Selene und Endymion nicht zusammen sein? Selene hat ein Gelübde abgelegt, nie einen Liebhaber zu haben. Als sie sich in Endymion verliebte, konnte sie ihn nur nachts besuchen, wenn er schlief. Aber bricht sie damit nicht ihr Gelübde? Es ist wie eine verbotene Liebe. Obwohl die Umstände sie trennen. Finden sie doch kurze Momente, um zusammen zu sein. Ist den beiden denn nicht kalt? Vielleicht sollten wir uns ein anderes Werk ansehen. Sollen wir weiter? Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du, mit unendlichen Ressourcen, sich um dieses Bild eines... Jungenscheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich in den Maler hineinversetzen. Kunstwerke wie dieses können unseren Blick nach innen oder auf unser eigenes Leben richten. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich hätte es verhindert, wenn ich gekonnt hätte. Aber das Risiko, auch dich zu verlieren, war zu hoch. Alles war so verschwommen. Ich konnte ihn nicht erreichen. Weißt du, lange bevor es Hologramme und Fokusse gab, machten die Menschen ihre Lieben durch Kunst unsterblich. Wegen Werken wie diesem Gemälde sind ihre Leben unvergänglich. Rembrandt und seine Frau hatten vier Kinder. Außer Titus sind sie alle kurz nach der Geburt gestorben. Sie hat nicht viel länger gelebt. Rembrandts Familie bestand nur aus Titus. Und deshalb hat er ihn so gezeichnet. Gemalt. Dann schlug das Schicksal wieder zu. Titus starb mit 26 an einer Krankheit. Als hätte Rembrandt die Zukunft gezeichnet, die ihn in die Ecke drängte. Krass, 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 krass. Ich muss hier Pause machen. Wir sind bei 36 Minuten. Und dann gucken wir uns gleich mal die restlichen Sachen hier an. Die allerdings alle für Sehnsucht und Täuschung stehen. Also ich glaube, dass sie alle Charaktereigenschaften von Tilda widerspiegeln und wir so Tilda näher kommen. Natürlich. Ich meine, das sind auch offensichtlich ihre Lieblingsstücke. Und sie hat die hier im Eingang, bevor wir sie das erstmal treffen, aufgebahrt für uns. Krass. Ich bin total überwältigt gerade. Und da fehlt übrigens ein Stück. Nein, aber es ist normal. Krass, ich bin überwältigt. Ich bin wahnsinnig überwältigt. Und wir sehen uns gleich. Danke fürs Zuschauen. Ciao.